Jetzt sind wir hier am großen Stand von der Spielwarenfirma Bruder, ganz bekannt aus Fürth. Und ich glaube, die gibt es schon jahrelang. Aber heute sind wir hier, weil wir einfach mal wissen wollen vom Inhaber und von meinem Bruder, was die Highlights sind dieses Jahr auf der Spielwarenmesse. Also unsere Highlights, die sind einmal ein Brudertraktor, das ist ja fast schon traditionell, der für kleinere Kinder ab zwei Jahren geeignet ist. Dann natürlich ein Müllfahrzeug, so für die City, für entsprechende Nachhaltigkeitsspielthemen. Dann Geländewagen mit Kajak zum Beispiel. Oder natürlich in der Landwirtschaft dann noch weitere Produkte wie ein großes Odelfass. Herr Bruder, jetzt wünschen wir Ihnen noch ganz viel Erfolg auf der diesjährigen Spielwarenmesse. Ist ein bisschen heuer, ein bisschen anders, ein bisschen neuer, noch moderner wie sonst. Und ich finde es gut und wir wünschen Ihnen ganz, ganz viel Glück und Spaß auf der Messe. Ja, vielen Dank für die Wünsche und ich hoffe auch, dass wir erfolgreich von der Messe gehen werden dieses Jahr.